Hallo liebe Zuschauer, ich bin hier in Bad Meinberg. Wir sind hier im Freibad und werden hier gerade die Qualifikation der Seaster Discovery vornehmen. Zahlreiche Mädels haben sich aus dem größeren Umfeld Hamburg, Lübeck, eingefunden und sind also viele Stunden gefahren, um hier aufzuschlagen und bei relativ mäßigem Wetter die Qualifikation durchzuziehen. Aber mit Sonne im Herzen und einem Blitzgerät kann uns hier nichts mehr bremsen. Wir zeigen jetzt ein paar Impressionen von der ganzen Qualifikation und anschließend werden die Kandidaten selbst erzählen, warum wir sie unbedingt mitnehmen sollen. Die Kandidaten sind strekt. Ja, also für mich ganz klar, so ein Catwalk oder so eine Misswahl, das wäre nichts für mich. Ich bin Mutter von zwei Kindern und bin selber auch Fotografin und berufstätig. Das ist für mich einfach der große Spaß an der Sache und einfach zu gucken, wie weit kann ich noch kommen, was kann ich noch erleben und ja, einfach eine ganz große Faszination am Tauchen an sich. Untertitelung des ZDF, 2020 Es hat einfach nur Spaß gemacht, ich würde es immer wieder machen, auf jeden Fall. Anfangs sagte man schon, es ist einfacher, aber dann hat man schon gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist. Es war einfach total geil, es hat viel Spaß gemacht und ich würde es echt immer wieder führen. Jetzt geht's mal. Jetzt geht's mal. Bis zum nächsten Mal. Hallo. Ich bin Angst. Ich bin Angst. Äんp. Manni. Ich bin Angst.